So halb. Oh, ich habe Münzen bekommen. Zehn Pixels. Ich gehe mal weiter nach rechts. Okay, an dem Punkt habe ich keine Wahl mehr. Ich muss weiter nach unten. Oh, ich bin wieder beim Star Portal. Bei einem anderen, oder? Ja, bei einem anderen. Bei meinem? Bei einem anderen Star Portal. Ja, du bist bei meinem! Oder? Nee. Aber bist du gestorben? Ja, hier ist das meine Welt. Das ist ein anderes. Auf der anderen Seite der Welt. Genau das Portal. Bist du immer zwischendurch gestorben und auf deinem Planeten wieder gelandet? Ich bin auf dem... Ich kann es nicht mal zu mir spawnen, dann siehst du das. Kann ich nicht. Ich lebe noch. Ich komme jetzt auch gar nicht... Da braucht man 20... Shit required. 20 Fragments. Dann bist du gerade auf meiner Welt, oder? Nee, müsste meine sein. Ich bin mir relativ sicher. Ich baue mir jetzt einen Weg nach oben. Dann porte ich mich zu dir und dann sehen wir es. Weed Seed habe ich jetzt hier. Nice, ist ja bald legal. Dann kommen Vögel. Oh, ich habe Kupfer gefunden. Ja, das brauchen wir doch. Ja. Dann sehen wir weiter. Und das spawn ich... Oder kommt zu mir. Wie gesagt, ich komme gerade hier nicht raus. Ich habe keine Funkverbindung zum Schiff. Ich kann mich nicht spawnen. Hm, das ist Mist. Na wieso? Ich bin fast an der Oberfläche, glaube ich, potenziell, eventuell vielleicht bald. Ich werde mal was essen. Ich bin noch relativ voll und ich habe unendlich Pilze drin. Wow. Ich habe Apfel. Okay, Kupfererz. Achja, ich habe noch ein Crafting Table. Fällt mir gerade ein. Das würde vielleicht mal irgendwen aufbauen. Das wäre nicht schlecht. Hm. Ich komme wieder an weiche Erde langsam. Oh, nö. Kohle. Riech Schaden von Sterblech. Oh, nö. Ich hätte dann glaube ich nichts für wertvolles bei mir, oder? Du hattest nichts wertvolles bei dir. Ich habe alles wertvolle im Schiff gelagert. Ich komme zu dir. Warum? Ich bin irgendwo in der Erde und baue Kohle ab. Wo soll ich sonst hin? Keine Ahnung, auf deiner Weltweite erkunden? Ach nee. Schweine streicheln. Ach. Komm, lass mal gut sein für heute. Ich würde ganz gerne noch an die Oberfläche kommen, danke. Mach das. Sobald ich das geschafft habe, können wir den Part beenden. Oh, ich habe hier eine... Ich habe hier ein richtiges Stargate gefunden, so ein altägyptisches. Ist ja cool. What the fuck? Wo? Direkt... Ich habe es dann vorbeigefallen. Ich habe es nicht gesehen. Oh, scheiße. Ist aber viel los. Ja. Hast du Blöcke? Ich habe unglaublich viele Blöcke. Beschützt du mich kurz, dann baue ich. Ich versuche es. Ich sage mal, dann zeige ich einen. Alles klar. Dann bin ich eh wieder oben. Alles gut. Zu viele Gegner hier. Kann mich nicht hochbauten. Ich bin tot. Lassen wir das Zeug da unten einfach liegen. Das ist doch wichtiges Zeug dabei, hast du gesagt. Das ist all das wichtige Zeug. Nein, das wichtige Zeug ist im Lager. Ich habe nur Scheiße dabei. Ich habe nur Blöcke. Okay, dann lass uns da liegen. Warte, ich komme zu dir auf deinem Schiff. Ja, vor allem das ganz wichtige Zeug kannst du gar nicht verlieren. Du hast den Klappstuhl zum Beispiel oder die Kisten. Neun. Klappstuhl eins. Klappstühle. Nice. Klappstuhl zwei. Und Zelt auf dem Schiff. Setz dich. Würde ich gern. Zelt kann ich leider gerade nicht hier platzieren. Schade. Moment, wäre aber wahrscheinlich gleich genug Platz, wenn ich die beiden Stühle nochmal weg mache. Kannst du kurz runter gehen? Brauchst du nicht. Nice. Den machst du jetzt den einen. Na, hab ich den. Müsstest du. Ja, Zelt kann hin. Wir wollen Stühle. Ich hab zwei Klappstühle. Ich kann Lager bauen. Man kann das irgendwie größer machen. Irgendwann kann man das Schiff noch größer machen. Ja, davon gehe ich aus. Aber ich hab jetzt erstmal Lager und ein Zelt hier reingesetzt. Und ich mein den Crafting Table halt, ne? Ich hab Stühle. Ah, hier ist ein Stuhl. Kann man den drehen? Ja, wenn du dich auf die andere Seite stellst. Ah, hier. Ah, schade. Passt nicht mehr ran. Hier. Ja, vor dem Dings. Setz dich zu mir. Decker. Das ist doch gut, die Stühle. Da stehen sie doch gut. Ja. Und wir haben jetzt Lager. Viel Lager. Nice. Sehr viel Lager. Das siehst du ja hier. Wir haben eins, zwei, drei, vier, fünf Kisten. Und ein Zelt. Ich krieg immer so eine verknüpfte Nase hier. Ja. Ja, wenn du mir jetzt sagst, dass du langsam genug hast, dann save ich und quitte mal. Oh. Okay. Hat es für dich auch verändert? Ja. Ich hoffe, es wurde gesaved. Ich hab's gerade gesaved und gequittet. Ah, ja. Okay. Na dann. Na dann, willkommen zurück. Zu Starbound. Mit Modi. Sein wunderbarer Raumschiff. Was wollten wir dieses Mal eigentlich nochmal machen? Hab ich vergessen. Keine Ahnung. Ich glaube, wir wollten diese Welt erkunden. Wir wollten erst eine Welt erkunden. Und bin ich diese Mining persönlich fertig machen? Wir wollten erst mal meine Welt erkunden. Deine haben wir am letzten Stream gemacht. Jetzt wollten wir erst mal meine. Gut, dann musst du mal, ja, können wir jetzt nicht mehr. Was können wir nicht mehr? Ich hab übrigens unserem Malton, ich hab übrigens unserem Malton einen Namen gegeben. Nein, lass es einfach. Bitte. Wir müssen jetzt bei dir auch zu stehen sein, oder? Ich hab keine Ahnung. Das ist gut overlay drüber, glaube ich. Das ist gut overlay. Ne, wenn du auf dein Musikinstrument gehst. Dann siehst du das. Keine Ahnung. Keine Ahnung, ich bin gerade ein bisschen durch. Ich bin jetzt bei dieser Mining Facility, weil du hast dich ja zu mir geportet. Das heißt, wir kommen erst mal nicht auf deine Welt, bis du stirbst. Das können wir einrichten. Wie kann ich das Instrument? Ah ja, so. Ich hab eine Lupe. Ah ja, hier das Schwert. Das ist, ähm. Ich komme mal zu dir. Was genau am Ende? Ich folge dir mal. Du hast immer noch den schweren Hammer, oder was? Ja. Ach, hier, das Ding. Äh, na ja. Ich weiß ja nicht. Wie gesagt, wir machen halt jetzt erstmal das Hauptquestzeug fertig, würde ich sagen. Weil diese Welt gefällt mir nicht so wirklich. Das ist mir ein bisschen... Ja, schön, wir müssen es trotzdem früher oder später machen, weil das ist Hauptquest. Ansonsten geht das Spiel nicht weiter. Müssen wir hier lang, oder? Fangen wir da unten nochmal rein. Wir sind einfach reingegangen. Da gab es einen Eingang. Müssen wir da nochmal rein, oder? Wollen wir da durch den Boden fallen, oder? Müssen wir da nochmal rein, oder was? Ja, wir haben das hier nicht fertig gemacht. Ja, wir kommen einfach so rein. Wir müssen die Dinger hier anmachen, die hier. Du hast den Alarm. Und dann... So geht es runter. Die Geräte müssen wir alle anschalten, hier. Genau so. Hier sind nur Emma. Ach, hier kann ich Sachen wegschmeißen. Ach, hier ist das Klo. Was gibt es hier unten eigentlich zu sehen? Ah, sollte ich nicht angreifen. Ich habe hier ein paar Gegner. Ja, die habe ich gerade gespawnt. Ah, die haben mich getötet. Soweit waren wir schon. Cool. Erstmal schön sterben gehen. Nice. Cool. Warum bist du jetzt gerade auf mein Schiff gekommen? Ich habe mich zu dir geportet. Warum? Wir wollen doch sowieso zu deiner Welt. Wir wollen doch sowieso so lange machen, bis du stirbst. Damit wir dabei gespawnen. Okay, wie kommen wir jetzt zu der Welt? Indem wir jetzt in... Indem ich jetzt nochmal ins Level gehe. Und dann stirbst du. Oder wir machen die Mission fertig. Kann ich mich nicht am Badom down beieben? Ja, auf meine Welt, die wir fertig haben. Sicher? Ja, du wolltest doch zumindest deine machen. Das war doch der ganze Plan. Wir haben einen Plan, Seth. Wann haben wir einen Plan? Den du buchstäblich zwei Sekunden noch im Stream gesagt hast. Ich habe Tomaten. Ist das sicher, dass das deine Welt ist? Ja, hier ist der Scam mit der NPC. Jetzt bin ich wieder auf meinem Raumschiff. Okay, Bomben funktionieren gut. Mein. Hier ist ein Knopf. Ah, hier sind Leute. Die töten mich hier. Mordi, ich möchte mal deine Hilfe. Danke. Warte, ich komme zu dir. Ich glaube, die sind ein bisschen zu stark für uns. Beziehungsweise für mich. Nein, warum? Weil die mich schon zweimal getötet haben. Die fucking Hammer ist nicht mehr ausgerüstet. Ich glaube nicht, dass ich heute wirklich Bock auf das Spiel habe, ehrlich gesagt. Ich bin tot. Ja, cool. Dann port ich mich jetzt zu dir. Damit wir endlich das machen, was wir vorhatten. Nein. Jetzt runter. Na ja, das ist die Welt. Ja, das ist das, was wir vorhaben. Ich baue Kohle ab. Ich gehe tauchen. Weil er hier im Brunnen ist. Ich erweitere den Brunnen. Und er trinkt wieder bei. Vielleicht gibt es hier irgendwas höhenmäßiges unten drunter. Weißt du Fackeln dabei? Nein, ich habe gerade gar nichts. Hm. Da müssen wir mal ein paar Kette finden. Die Karten sind einfach runter. Da muss man Wasserfahrstuhl. Hier ist klar, dass man das hier eigentlich nicht wie Minecraft spielt, oder? Hier ist ein hübscher Brunnen. Das ist den kann man mal in schwarz. Mal schauen, wie weit geht es dem Brunnen. Wie tief ich den graben kann. So schnell auftauchen. Luft holen. Ah, ich komme hier nicht mehr hoch. Ich habe schon so tief gekramt, dass das Wasser einfach. Das Wasser riegt einfach ab. Das kommt nur tun zu. Aha. Also wenn du in den Brunnen willst. Pass auf. Warum sollte man eh in den Brunnen fallen? Mach Spaß. Okay, warum kann ich die gerade nicht weitergraben? Ich habe meine Spitze auch nicht mehr ausgewählt. Ah, ja. Ich gehe zum Mittelpunkt der Welt. Ich lösche den Erdkern. Und was machst du so gerade? Ich versuche das Spiel hier so zu spielen, wie man das Spiel spielen sollte. Ach. Spiele so spielen, wie man so spielen sollte, ist doch Blödsinn. Ja, nee, das hier ist eigentlich eher momentan zumindest so halbwegs storyorientiert. Wir haben hier nämlich absolut noch gar nichts. Weil wir noch nichts freigeschaltet haben und nichts. Nee, ich sammle Sand. Und Erde. Ja, oder sammle Sand. Womit man momentan noch nichts machen kann. Oha, ich bin in der Höhle. Braucht noch Kupfer für den einen Typen, das weiß ich noch. Da unten ist eine Höhle. Und das Wasser fällt auch ab. Es ist... Es fließt ab. Ah, okay. Ich habe den Brunnen ausgetrocknet. Oh nein, scheiße, ich werde hier angegriffen. Darauf war ich nicht vorbereitet. Das Monster im Brunnen. Oh, Kacke. Ich bin tot. Das wundert mich jetzt aber. Äh, ähm. Jetzt bin ich bei dir. Warum portest du dich zu mir? Ich fad einfach runter, weil es ist deine Welt. Beziehungsweise die, auf der du gespawnt bist. Keine Ahnung, weil ich blöd bin. Wir sind heute beide nicht auf der Höhe. Sag dich doch. Ich hab doch gesagt, ich bin kaputt. Ja. Ah, hier ist der Brunnen. Nein. Ich glaube, ich sollte da nicht reinfallen. Das wird ein bisschen... Wenn ich da reinfalle... Ja, war klar. Weil ja gar kein Wasser mehr ist. Das ist jetzt ein tiefer Brunnen, der... ...der auf Stein führt. Ohne Wasser. Hier bin ich. Ich kann nicht... Oh. Du bist hier ganz in der Nähe. Hi. Ich bin über dir. Ja, ich weiß. Das brauchst du nicht... Da brauchst du nichts kommentieren. Das sieht man. Da geht's zum Brunnen hier runter. Das ist genau hier. Ja, das ist schön. Das bringt uns nur nichts. Ich suche jetzt gerade Kupfer wegen dieser einen Quest, die wir haben. Ah ja, hier. Da hab ich den Brunnen-Schacht hingegraben. Hätte ich auch zu Fuß hingehen können. Hätte ich nicht den Brunnen ausgraben müssen für... Ah, das sind meine Tomaten und so wieder. Mein Zeug. Okay, ähm... Ich werde dann gedürfen. Ich bin schon wieder fast tot. Das sind so unterirdische Schnecken oder so. Hier haben wir solche... Hier gibt es solche Dinge hier. Solche Pflanzen-Dinger, die wir dort auf der Basis schon hatten. Pflanze. Tag auch. Wo bist denn du jetzt hier? Ich dachte, du wärst noch in der Nähe von dem... Nein, warum sollte ich? Näh. Ah, hier ist mein Zeug doch. Du warst in der Nähe. Ich griff gegen Schnecken. Das ist eine Schnecken-Farm unten. Was wollen die hier wieder? Das ist irgendwie Fledermäuse oder so. Ich kämpfe tapfer. Verdammt. Terminatus. Wie ist das Ding? Autsch. Dann gibt es scheiß Gegner. Oh, wir sind packen drin. Runter in die Höhle. Ah, das ist mein Zeug. Okay, ich habe hier was gefunden. Ah, Bomben. Ich habe da Bomben gefunden. Eine Kiste. Da hat sich direkt auch gelohnt. Das ist mein Zeug. die heilung habe ich nicht mit dabei vermutlich nicht aber ich habe ja wo wir keine ahnung haben was wir damit machen können ich habe keine ahnung wie ich wieder hochkomme keine ahnung wo ich überhaupt bin können die auch gerade nicht hochzeleputieren ich bin nur zu der Herde mich greift hier nicht so viel an ja bei mir hat sich der Typ gerade in mehrere kleine Typen geteilt Ah ein Schleim nein so ein Typ ein Schleimtyp er war halt so ein Typ ok geht es wieder aufwärts eventuell, verdammt, geht es wieder abwärts ich bin nicht tot ich habe eh nichts bei mir aus den Stepplings die nur eventuell was wert sind und sonst so ich guck mal eben was wir für einen Ofen brauchen haben wir irgendwo hier schon einen Lagerplatz oder sowas nicht das wüsste au wundert mich nicht dann nehmen wir doch einfach diese Höhle hier beziehungsweise dieses Ding hier ein Modi mhm 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 Die ist eine Kiste. Oha, Manipulator Modul habe ich hier. Ja, das brauchst du für Upgrade. Und jetzt habe ich hier ein Hunting Spear und Timber. Ist das eine Waffe oder was? Das wirfst du. Sieht aber wie eine Waffe aus. Ja, das wirfst du auf Leute. Das ist eine Fernkampfwaffe. Ich kann auch beide tragen. Ich kann das Schwert und das. Alle 10 Stück habe ich davon. Fasziniert. Also ich spiele mal weiter das Spiel, während du hier irgendwelchen Kram machst. Ich bin unter dir. Autsch. So. Kupferbarren. So, wie viele können wir machen? Wir können 9 Stück machen. Ich brauche nur noch ein bisschen. Oh, da unten ist Kupfer. Hey. Moment. Dann wohl das Kupfer. Ich habe Holz. Ja, dann können wir die eine Quest schon mal abschließen. Ich weiß nicht mehr bei wem wir es hatten, aber... Bei der Dame dort sind im Ding ganz Ziel bei der... Bei der Lady mit der Zwischensequenz. Hast du Kupferärzt dabei? Ach nein. Musst du nicht. Hier ist gerade schon. Ich habe Baumholz dabei. Ja, dass du übrigens verarbeiten kannst, dann kannst du mehr Sachen damit machen. Nur falls es dir nicht bewusst war, dass wir in diesem Spiel... Äh... Ich habe Dirt, ich habe Zimba und ich habe Hodenlock. Okay, wo kann ich da was machen? Mhm, ich kann Kleidung machen, wenn ich das Zeug dafür habe. Ja, ich habe übrigens auch keine Ahnung, wie man die Blockgröße von platzierbaren Sachen ändert. Aha, ich kann einen guten Bins hier machen. Ich kann einen guten Paneling... Windoletik. Der hat es eingesammelt auf Nuss dem Holz. Brauchen wir hier irgendwas davon? Packed Dirt habe ich. Ach, das ist jetzt Eisen, was ich habe. Ich gehe mal aufzusuchen nach Kupfer. Okay, ich habe jetzt Pack Dirt gemacht. Ich habe verpacktes Dreck. Verpackter Dreck. Verpackter Dreck. Verpackter Dreck. Okay, da können die bleiben. Da ist das Portal. Oh, das können wir jederzeit nutzen. Cool. Ja, das sieht doch eventuell nach Kupfer aus. Oder? Mhm, wenn du meinst. Ja, genau. Untertitelung des ZDF, 2020